hallo meine lieben heute machen wir was ganz leckeres nämlich hähnchenkeulen in sahnesauce es ist wirklich so einfach und so lecker dazu reicht man dann entweder einfach baguette wenn man es ganz einfach haben will oder reis, Nudeln, Kartoffelpüree sehr lecker jetzt zum rezept in etwas pflanzenöl brate ich erstmal die hähnchenkeulen von allen seiten an es sind jetzt circa zwölf Minuten gewesen jetzt habe ich hier eine halbe Zwiebel klein geschnittene und gleich hinterher noch Knoblauch viel Knoblauch das darf jetzt alles mal hier mit anbraten und wenn das schon anfängt gleich braun zu werden geht es weiter auch die Zwiebeln und Knoblauch bekommen schon Farbe jetzt gebe ich Sahne hinein salzen pfeffer paprika edelsüß und einen Teelöffel oregano so das rühre ich schon mal um ich gehe jetzt von der Hitze runter und lasse es so vor sich hin blubbernd köcheln und unbedingt unter dem Deckel 15 Minuten waren das jetzt nochmal ich habe das jetzt ausgeschaltet die Soße ist schön cremig viele Gewürze lecker jetzt fehlt nur noch was grünes Petersilie klein geschnittene Dill Schnittlauch ja was ihr habt super das duftet auch so lecker was gibt es dazu mein Mann schnippelt dazu Salat und wir haben noch Reis Reis ist ganz lecker wenn man den bevor man den kocht etwas anbrät in etwas Öl und dann mit Wasser übergießen und etwas Salz und bei ganz ganz sachter Hitze erwärmen oh lecker Freunde ganz ganz lecker es schmeckt ganz anders durch diese angebratenen Reiskörner ich hoffe euch hat das Rezept gefallen freue mich über eure Likes über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt dann bitte abonnieren vielen Dank und bis bald eure Xenia mmm 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 mmm